Ja, der dritte und letzte Song, ich glaube, es ist auch der letzte Song des Abends, Erik? Ja? Also wir verabschieden uns sozusagen mit einem Song, der berühmt geworden ist durch Fred Astaire. Deswegen habe ich meinen Hut mitgebracht. Der Film, in dem er performt hat, heißt Das Geist Limit von 1943 und eine gute Freundin, die hier sitzt, kennt die Szene. Er sitzt da an der Bar, ganz alleine, hat Liebeskummer und lässt sich ein nach dem anderen volllaufen. Dann irgendwann kriegt er so eine Attacke, schmeißt das Glas in die Ecke und springt auf den Barhocker und dann auf den Tresen und legt eine Stepnummer aufs Parkett, die seinesgleichen sucht. Ganz zum Schluss dreht er fällig durch, schmeißt den Barhocker in die Bar rein, die Gläser zersplittern alles, der Spiegel und so weiter. Der Barkeeper kommt wieder rein, dem steckt da irgendwie ein Bündel Scheine ins Revier und sagt, mach das wieder heile und verschwindet durch die Tür. Also ein großer Auftritt. Wir hatten eigentlich vor, das Ganze hier nachzubauen. Ich habe auch angefangen, die Choreo zu üben. Leider ist uns dann der Etat gekürzt worden und wir mussten ein bisschen kleinere Brötchen backen. Also übrig geblieben ist ein Barhocker, ein Hut und ein Glas. Aber der Song ist natürlich unschlagbar schön und ich freue mich auch, dass Anselm nochmal mitspielt. One for my baby, one more for the road. Also auch für euch noch einen schönen Schluck zum Abschied und vielen Dank. Applaus Ja Ja Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020